Elis Navidad Elis Navidad Elis Navidad Elis Navidad Los Feroa Hey, ciao Andrea. Ciao, Giancarlo. Gut, Salvarà. Du auch, Pascale. Genau. Vorher sitzen wir in der Lounge, trinken gleich ein Espresso wie immer. Danke dir vielmal. Genau, ciao. Hey, ciao Pascale. Alles klar? Hey, Alpen, denk dich, finde ich da. Hallo. Bist du am Gewerbe-News lesen? Ja. Mir ist eine große, reiche Idee. Ja, erzähl. Wir könnten ein Geschenkchen posten jetzt so kurz vor Weihnachten und etwas Gutes für das Gewerbe tun. Ja, sicher. Bin ich gleich dabei. Aber weisst du, was kommt? Du kannst ja nicht für jeden ein Geschenkchen posten. Aber ich wusste, wer es sicher verdient hat. Und zwar unsere Vorstandsmitglieder. Die haben uns derart unterstützt. Und jetzt sind wir. Komm, wir gehen jetzt für Sie da aus der Liste. Dann pickst du ein paar raus. Und dann gehen wir hin, schaust du die Bahnhofstrasse ab. Zum Wohl, gell. Danke dir. Schauen wir die Bahnhofstrasse ab. Schauen wir, wer gerade so etwas rum ist. Und dann holen wir doch ein paar coole Geschenke. Das ist gut, gell. Also austrinken. Du zum Wohl, gell. Hallo, Mollika. Hallo, Pascal. Hey du, hörst. Wir sollten ein Weihnachtsgeschenkchen haben. Für die Charlo. Hier allein. Es ist unser Kreativ-Kopf. Und darum brauchen wir ein kreatives Geschenkchen. Hast du einen Felixplatz speziell? Wöchtest du so viel bis jetzt auf die Hausseite? Aufständlich? Ja, unbedingt schon. Ja, gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Damit dich hier ein bisschen nach vorne lasst. So. Das hat sicher hier zum Beispiel die Korn. Die Goldung. Das hat sicher etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Um den Eltern herum. Das würde auch zu einer Scharlot aber gerade passen. Gell, ich glaube, die nehmen wir doch gerade, oder? Ja. Darf ich euch die einpacken? Sehr gerne. Hättet ihr sie gerne in vorne gepackt, oder dass man sie nicht sieht? Das darfst du jetzt entscheiden. Das Geschenkchen ist eine Überraschung. Ich würde sie einpacken. Das ist ein Einpacken. Ja. Das ist ja noch die Goldung. Du, das ist super. Das muss man selber noch Hand anlegen. Ob das gut kommt. Grüezi miteinander. Willst du wirklich etwas? Ja. Ja. Komm, wir kaufen dann Michi einen Gritti-Banz. Können wir einen kleinen Gritti-Banz da holen? Ja. Ja, ich glaube schon mit Schokolade. Ja, ich glaube schon mit Schokolade. Ja. Oh nein, ich habe ihn gefunden. Was meinst du? Ja. Perfekt, ja. Ich finde den perfekt. Ja, ja. Können wir den auch? Ja. Ist gut. Ja. Andrea und Pascal sind fertig. Super. Also komm, ganz gut. Super. Ja. Bitteschön. Schönen Abend. Merci. Ade miteinander. Ade miteinander. Hallo. Hallo. Wir sind auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Meri. Ah ja. Ja. Habt ihr eine Idee? Ja. Auf jeden Fall. Da hinten wäre es sonst Z und ich würde es mir gleich empfehlen für Sie. Ja. Das wäre ideal. Ja, super. Dann haben wir sie ja schon gefunden. Wir würden das mitgeben. Ja, sehr gerne. Ja, super. Ja, super. Danke dir. Alt Andrea und Pascal sind auf Geschenketour. Hallo ihr zwei. Hallo Martina. Hallo Martina. Immer noch im Stadthaus? Ja, ich bin immer noch da, aber ich habe bald Feierabend. Habt ihr eigentlich auch die Einwitzung für E-Coupo schon eingelöst? Ja, schon siebenmal. Schon siebenmal? Ja, weisst du Pascal, ist eine siebenköpfige Familie. Ach so, ich wünsche euch ganz viel Spass. Ja, machen wir. Und du nehmen die Schränke. Tschüss. Tschüss. Nutzen doch auch Sie, Ihr E-Coupo der Stadt Wetziken und unterstützen Sie damit das lokale Gewerbe unserer Stadt. Hallo Fabienne, hallo. Ich bin Pascal, hoi Andrea. Wir sollten etwas für die Christinnen haben. Ein Weihnachtsgeschenkchen. Hast du da gerade eine Empfehlung? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen gleich zu unserem Geschenktl Tisch. Also, gut. Da haben wir so viel Auswahl. Was darfst du denn so sein, welche Richtung? Wir haben Teearten, wir haben Duftkerzen, bis zum Essen. Was meinst du, Pascal? Ich würde jetzt die Tee empfehlen. Gell, ich glaube auch. Also, das ist die Christin, sie macht ja bei uns Buchhaltung. Da können Sie auch mal zwischendurch ein bisschen entspannen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier gerade etwas, was Sie auch unterwegs noch trinken können. Ja, das ist super. Meinst du, das wäre etwas? Hä? Einpackt ist das ja auch schon. Ja, das ist super. Super. Ist das gut? Perfekt. Perfekt. Ja. 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 Wie ein Weihnachtsgeschenkli hätten Sie da gerade eine Empfehlung oder... Hast du einen Fleischigen? Ja. Oder eine Wetzikerwurst wäre auch eine Idee. Wetzikerwurst haben wir natürlich auch. Aber das finde ich jetzt gerade gut. Nein, sonst nimmt er mir gerade so, wie es ist. Ja. Genau, ja. Super. Und haben Sie einen Artikel bekommen? Hat der schon Einfluss vom Wetziker? Haben wir schon verpumpert. Ja, das ist ja noch Wetzikerwurst. Hoi Markus. Hoi zusammen. Hoi Markus. Schön, dass ihr da seid. Immer wieder gerne. Du hörst, wir suchen für den Beach. Jetzt sollten wir ein kleines Weihnachtsgeschenkli haben. Wir haben gedacht, wir sind bei dir genau richtig, weil er jetzt wieder anfangen zu spürteln. Hast du gerade irgendetwas? Also wir haben im Stock weiter oben eine Fussballleibli, Neutrale zum Beispiel, die man ins Fitness anlegen kann. Hast du auch Gucci? Wir haben auch Gucci, ja. Kannst du auch frei wählen. Wieder in den Betrag. Also weißt du, wenn ich jetzt hier hoch schille, dann sehen wir... FC Witzig. Da könnten wir auch gerne Mitglieder unterstützen. Ja. Haben wir es als Stirnband oder auch als Kappe haben wir es da Neumet. Zwischendurch? Ja, da ja. Schau da. Da haben wir sie auch als Kappe. Hä? Aber weisst du was? Komm, wir lassen doch den Beach selber entscheiden und nehmen doch einen Gucci. Oder ist das gut? Ich finde eine gute Idee. Ich wüsste das seine Grösse nicht. Vom Kopf? Ja. Der Kopf ist eine Einheitsgrösse, aber beim Shirt gibt es halt schon Bogen. Dort, oder? Aber so wie ich ihn kennen müsste er ein Segel haben. Meinst du? Ja. Er hat aber abgenommen, du weisst wie. Ich würde ihm ein Segel geben. Ja. Du Markus, du hast auch eine Coupon, die kann man dir einlösen. Ja. Aber es ist auch super. Nur sind noch nicht so viele eingelöst worden. Einen Kunden hatte ich bis jetzt, der gekommen ist. Vielleicht kommen sie noch. Ich habe extra mein Handy hier liegen lassen, damit wir hin und her buchen können. Ja, siehst du jetzt. So, jetzt haben wir fast alle in der Hand. Genau. Jetzt fehlt noch jemand. Ja, der Roberto. Hier. Da trägt ich sicher gerne ein Stück dabei. Aber weisst du was? Mit den Füssen von Uwe, da vorne wäre die Apothek. Können wir nicht noch schnell auf die Fläschchen gehen? Ja, für die Stifel, ja. Wir gehen mit der Apothek. Ähm, das ist gut. Das ist perfekt. Also los. Hallo, Andrea. Hallo. Hallo. Was ist das? Wir sind die ganze Bahnhofstrasse durch abgelaufen. Ich glaube, ich brauche ein Blasenfläschchen. Oh je. Habt ihr etwas? Ja, am besten. Also, wo ist es denn gerade? Ja, genau. Ja, ich hole doch gleich etwas. Einen Moment. Super, danke. Du, Pascal, hast du gesehen. Schau mal da hinten. Schau mal da hinten. Schöne Draufkerzen. Hier hätten wir aber auch noch etwas gefunden. oder Einen? Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Seht das schön aus. Schau mal. Da könnte, da könnte, ja, mit deiner Frau. Das zweite? Oh, schau. Mein Pfläschchen kommt dran. Genau, wir haben hier eine Schiebe ein, die wir in den Felsen grösser haben. Oder dann ... Ich glaube, jetzt brauche ich ein kleines Grössen. Genau, das können wir einfach anwärmen, drücken, dass es sich anwärmt. Nachher eine trockene Stelle aufkleben, noch einmal andrücken, bis es gut hält. Ja, das ist super. Tipptopp, danke vielmals, dann nehme ich das doch gleich. Hoi, Thuria. Saluti. Wir sind auf Geschenke-Tour. Wir haben für unsere Vorstandsmitglieder jetzt Geschenke gekauft. Und die letzte Station ist bei dir in Margetti. Super. Und wir sollten für Roberto etwas Feines haben. Hast du gerade ein schönes Geschenke? Ich denke, das ist sicher etwas. Wir haben eine schöne Auswahl, denke ich. Was würdest du dir empfehlen? Hier hätten wir zum Beispiel. Da können wir den Geschenkstruck zusammenstellen. Da ist jetzt die Flasche Wein dabei. Die Pasta und den Sauger. Das ist eigentlich so eine Nacht. Da kann der Geschenkte alles aufs Mahl aufbrauchen. Und die Leute, die ja gerne essen, ist das eigentlich eine gute Kombination, denke ich. Aber ich glaube, das wäre das Perfekte für den Rübi. Wird das passen? Ein gutes Nachtessen für dich. Ja, das ist eine schöne Flasche. Und eine schöne Flasche. Ja, gut. Und eine schöne Flasche dazu. Das passt. So eine spezielle Form. Moriquette. Und eine schöne Söhne. Du, dann nehmen wir die dafür. Gut. Schön. Tipptopp. Danke vielmals. Du bist der Dreck. Jawohl. Genau. Ab in die Rufsäcke. Ist gut. Das ist gut. Also komm. Nimm sie so. Nimm sie so. Also. Du. Immer wieder gerne Geld. Hält dir Sorge und guck dir Zeit. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ui, was hast du da noch? Zwei zusätzliche Taschen? Ist mega schwer. Hast du noch Platz im Rufsäck? Ich habe eine grosse Familie und ich habe jetzt Weihnachtsessen bei mir daheim. Wow. Cool. Du kommst auch noch eines rüber, oder? Du hörst ja auch beim Vorstand. Die gehen wir jetzt gleich aufmachen. Aha. Ja. So Pascal. Jetzt haben wir es geschafft. Zeig mal. Komm pack mal das Rufsäcke aus. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 From the bottom of my heart. Also ihr seht, in Wetziken kann man wunderbar einkaufen. Sei es Weihnachtsgeschenke oder auch für die Zukunft. Vielleicht habt ihr sogar noch den E-Coupon und habt ihr noch nicht, wie wir verpulverten. Geschäfte findet ihr sicher in den Gewerbenews. Und jetzt hat es eine riesen Liste, die ein Lokal einposten können. Wir waren jetzt nur an der Bahnhofstrasse, aber Wetziken ist riesig. Also nutzt das, damit die Geschäfte uns erhalten bleiben. Unterstützt das lokale Gewerbe hier in Wetziken und wünscht euch eine schöne Offenzeit. Bleibt gesund. Ihr seht, es ist nicht schwierig. Jetzt sind ihr dran. Denken Sie lokal. Kaufen Sie regional. Es ist wichtiger denn je, jetzt das Gewerbe von Ort zu stärken. So bleibt das Wetziken-Gewerbe attraktiv. Und vielfältig. Gemeinsam für Wetziken. Danke. Danke!